Zweikampf, ein besonders kämpferischer Saisonauftakt. Unter diesem Motto lud das Auli-Zentrum Schwerin am 6. September 2018 zu sich ein. Zu Gast waren die Fußballer des FC Mecklenburg-Schwerin und als Star des Abends der AOK-Gesundheitsbotschafter Jimmy Hartwig. Der Ex-Fußballprofi war ein viel gefragter Gesprächspartner. Hartwig besiegte nach seiner Karriere zweimal den Krebs und wirbt nun für die Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge.